Die Kategorie bis 75 Kilogramm, das Mittelgewicht, war in den vergangenen Jahren die Gewichtsklasse der Bulgaren. In Stuttgart wurde mit dieser Tradition gebrochen. Der 21-jährige Sowjetathlet Juri Bartanian, zweifacher Junioren-Weltmeister, errenkt mit sechs gültigen Versuchen ebenso viele Goldmedaillen. Drei in der Weltmeisterschaft, drei in der Europameisterschaft. Zweiter, beziehungsweise dritter, werden die DDR-Athleten Peter Wenzel und Günter Schliffker. Und wo bleiben die Bulgaren? Olympiasieger und Weltmeister Jordan Mitkoff wird fünfter. Weltmeister Kolev scheidet durch Totalversager im Stoßen aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018